Alter! ... ... ... ... Das Litzspiel ich jetzt gerade für meine Frau, die leider nicht hier ist, Und von meiner Freundin, die leider krank ist, ich denke gerade ganz heftig an die und wollte es euch auch gerade mitteilen. Hey, Grüne Blumen, People, Obertausel! Wir sehen uns beim nächsten Mal.